Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute Mech Arena und Wettbewerb. Ja, wie immer. Viel Spaß. Die erste Runde geht los. Es ist jeder gegen ihn, wie es aussieht. FFA. Naja. So, schon mal um. Wofür unten? Ach, Mensch. Es ist langsam. Ein anderer hat mich abgeschossen. Das kann doch nicht wahr sein. Nein. Die mögen mich nicht. Warum hängt denn der? Das kommt der nächste. Mein lieber Scholli. Ich komme hier nicht weg. Ich halte mich hier in der Lücke gefangen. Nein. Gleich Pred toolkit. Das kann ich etwa erzählen. Nice! 2...1... Ende! Erster! Aber knapp mit den Eingleich. Das ist super. Super! Okay, bei FFA müsste man mal ein bisschen anderes Ding ins Krieg haben. Andere Einstellungen, andere Einstellungen. Andere Mesh mithaben. Schauen wir. Nummer 1 bin ich mit Punkten. Danach kommt der andere bestimmt. Gut. Nummer 1. Mit 268 Punkten. Super. Der hat 341 Punkte. Hat er immer schaden gemacht. Aber ihm wollen immer die Kills geklaut wahrscheinlich. Gut. Dann geht's weiter. Zweite Runde. Bis gleich. Und die zweite Runde geht los! Ich bin ganz oben. 3...2...1... Go! Incoming fire! Die zweite Runde geht los. Ich bin ganz oben. Ich bin sehr gespannt. Aber ich bin sehr gespannt. Was wollen die alle von mir? Ach, das ist schon wieder egal, das gibt es doch nicht. Ah, super, genau wie der Falle gesprungen. Das gibt es doch nicht. Ne, not this. Okay. 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 Oh, nein. Das ist immer so ärgerlich. Bitte zweiter. Ah, verloren. Verloren. Was? Ah, geht noch eine dritte Runde. Die Runden sind ja immer so schön kurz. Schau mal, ich war bestimmt vierter. Vierter. Hey, ich hab noch mehr Punkte, war wirklich nicht oben. Schweinerei. Wie machen die das? Weil der mit E-Ampft und nicht mit R? Also ist es wichtig bei diesem Spiel, dass man mit dem A anfängt. Weil dann bist du ganz oben an erster Stelle. Guck, hier genau das gleiche. C-S. C-M-8. Fängst du bei dem Spiel mit A an. Und du bist mit einem gleichauf mit den Kills, bist du automatisch Erster. Okay, dann gehe ich mal ins nächste Spiel. Viel Spaß. Runde Nummer 3. 3... 3... 2... 1... GO! 1... 2... 1... ... Wow, duuuh! Neh 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 Ich verliere wieder Ich verliere wieder Ich verliere wieder Wenn hier oben einmal ist, kommt man nicht mal hoch, zumindest nicht die, die springen können. Bin gut für den Raketemürfer. Und wieder verloren. Und wieder verloren. Ich gebe es auf heute. Neh 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 neh, kann doch nicht wahr sein. So, dann würde ich sagen, das war's für heute. Oh, Pilotenpunkte. Oh, dann sage ich mal ein Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da mal nix mehr über seid. Bis dann, ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.